Gisela Krimme ist eine für das Fortkommen der Schülerinnen und Schüler denkende und handelnde Schulleiterin. Ihre Begeisterung steckt an und so hat sie mit ihrem Team eine Schule auf die Beine gestellt, die an ihren Aufgaben lernt. Dafür hat die Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln 2017 den Deutschen Schulpreis erhalten. Schulen sind das Fundament unserer Gesellschaft. Mehr über das Führungsverständnis und den Führungsalltag von Gisela Krimme lesen Sie in Gespräche über Führung. Ich wünsche Ihnen dabei Inspiration und freue mich über Rückmeldungen. Vielen Dank.